Ach da. Das hat man doch schon mal. Das zeigt den ganzen Teil mein Hintergrund. Ja, genau. Musst du so viel schneiden. Ja, ein Endlos-Livestream raus. Über Playstation-Livestream. Für kalte Wintertime. Ja, mit dem Wetter haben wir ja wirklich richtig, richtig gut. Ja, gestern war es doch geregelt. Gestern, aber ich fand es hätte noch mehr Regen gefallen. Keine Sorge, das wird noch mal nachproduziert. Das ist immer so von Lego, der Hell, Star Wars. Und dann gibt es da auch noch eins mit einer Ahsoka drinnen. Und die Ahsoka alleine, hat der Hell schon gesagt, wäre Wert von 40 Euro da höher. Ja, das ist ja Kottelzüttel. Ja. Ja, meistens hat man mit den Spuren, wenn das jetzt schon raus ist. Ja, ich... Ui. Wie geht das besser jetzt da? Ja, es geht unterschiedlich gegen die Wärme. Ja. Ja, ja, aber... Das ist ja schon kreishaft. Hast du jetzt schon einen Teller oder so? Ja. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ja, richtig. Das können wir jetzt mal darin werfen. Ja. Und das noch ein bisschen... Ich bin ja auch nicht fix. Ja. Ja, ja, ja. Das brauchen wir auch nicht. 35 Grad brauchen wir keine. Wie gesagt, war in Leipzig auch heftig, ne? Mhm. Vor allem, wir haben ja auch keine Absiedlung von der Küste. Ja. Aber ihr habt das lieber anders gemacht? Ja, die haben wir ja auch nur angemacht, vorm Schlafen wollen. Ach so. Wir haben ja nicht Dauerhaftung gemacht. Auch wenn es so heiß ist. Ja, auch. Aber ja. Das sieht auch nicht schön, ne? Ja, das ist so. Ja. Die von den Eltern ist, glaube ich, schon defekt, die Pumpe. Ja. Die ist so laut, ja. Wir haben das mal verglichen, weil die sind ja drüben. Und davon werden wir wach. Okay. Wir werden wach, wenn ihre Klimaanlage abpumpt. Ja. Und unsere, wenn unsere abpumpt, da werden wir nicht wach von. Und die ist auch richtig leid. Und die andere ist halt richtig laut. Da ist ja ein weiterer Pumpe-Defekt. Das haben wir das ja im Modell. Mhm. Dann haben die einfach mal... Ja. Ich glaube, lass es nochmal rauszulassen. Ja. Ja. Kein Abschneiden. Ja, hallo. Der Otter ist hier. Der Otter ist. Ja, der Otter auch. Der Otter auch. Ja, der Otter auch. Was war der Otter Eis? Haben wir flecken und Bier? Ja, lass uns mal nicht das halbe Eis gegessen. Ja. Es wird jetzt halb Bier ausgeschöpfen. Ja. Und dein Zug. Ja. Ja. Ein absoluten... Magen. Ja. 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 Ich weiß nicht, was hatten wir als Schulrecht. Und wir hatten einen Fall, da wollte jemand eine Betreuung gegen Englisch. Ja. Ja. Weil du kannst dich nach Voraussetzungen und du kannst dich einfach nicht befreien, dass man dich halt jahrelang nicht in der Schule hattest. Das Problem war halt, er hatte es. Also er hatte es, aber nicht jahrelang. Aber er hatte es. Also er hatte es, aber nicht jahrelang. Aber er hatte es quasi nicht. Bei uns wurde jemand, bei Rechners Fachangestellte, wo die Azul gemacht hat, wurde jemand befreit, weil er eigentlich noch nie Englisch hatte. Er hatte Russisch und noch nie Englisch. Er wurde deswegen befreit davon. Das ist ja, finde ich, auch okay. Es gibt dann so eine Regelung, wenn du zehn Jahre kein Englisch hattest, dass du von der Benotung befreit wirst. Ja. Die Teilnahme hat er immer mitgemacht, aber von der Benotung befreit. Das ist ja auch okay. Aber du kannst ja von niemandem verlangen, der jetzt kein Englisch hat, auch einmal mitgemacht. Rechtsenglisch zu machen. Und er hatte halt diese zehn Jahre nicht. Er hatte es, glaube ich, acht Jahre nicht. Aber das reichte halt nicht, dass die Benotung befreit werden muss. Und da hatten wir, glaube ich, auch. Dass er es hatte, aber eine Zeit lang dann nicht. Aber halt nicht zu lange. Aber ich wollte die Hände, das ist ja nicht zu lange. Aber ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, der ich gerade hier habe,. Aber ich bin immer noch. Wir sind wirklich sehr, sehr vertig. Da wurde er wieder geboren. Ich glaub das passt ganz gut zusammen mit dem Hidden Side. Deswegen dachte ich halt, das Schloss. Das Schloss von Hidden Side war ein gutes Schloss für Voldemort. Ja, war zu teuer. Für ein Video ja, aber ich meine nicht. Ich will jetzt erstmal die zwei Protter Sets noch holen. Die gibt es schon seit 2018. Und ich hab das Lego und seine Sache auch nicht mal vermarktet. Ja, das kann passieren. Deswegen hab ich mir jetzt gedacht, ich hab bald Geburtstag. Dann kannst du von deinem anderen Sachen schufen. Das eine ist von meinen Eltern oder so. Das andere bezahle ich selber. Klar. Der Leuchtturm passt bei mir ganz gut ins Konzept. Weil ich jetzt ja auch eine kleine Serie über Leuchttürmer hier an der Piste machen wollte. Ich finde das auch nicht. Mal gucken, was ich mit dem auch hier. Mal gucken, wie die Hidden Side mit dem Hundi das ist. Ja, das probieren wir natürlich aus. Auch mit Reality. Mal gucken. 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 Du brauchst vor allem ja das Start-Up-Set, damit du Lego spielst, und bei jedem Zeit... Das nehme ich jetzt das Bier oder? Oder diese Entscheidung. Was gibt hier alles so gebraucht? Das war Kerstin. Und jetzt eine packen, oder? Ja, dafür zahlen. Es wird keine Entfaltung vom Bier. Das ist vor allen Dingen nicht so stark. Das ist ganz gut, als wenn das so über 5% oder so wäre. Das werden wir jetzt schon. Ja genau, aber so wird es auch nicht gut. Wenn man was dazu ist, sowieso... Und da ist auch die Wärme. Ja. Das ist noch ein bisschen an Mutter. So, jetzt machen wir hier schon nochmal einen Gladen. Ja. Wie sich das gehört. So jung sind wir noch nicht mehr zusammen. Nee, vor allem jetzt durch Corona nicht. Wir hätten uns viel öfters gesehen durch Corona. Ja, absolut. Durch die ganzen Shows. Das hätte aus beiden noch viel gebracht. Ja. So ist das. Komm mit nach Holland. Das wird super. Ja, aber es war noch super. Ja, es war noch super. Ja, es war super. Ich will nicht, dass du mit dem Zug fährst. Bist du des Wahnsinns? Ja. Ja. Bleib lieber hier in der Oste. Fack jetzt an, aber bleibt hier. Ja, das war noch mal ein Gitter. Ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Ja. Ja, das war was. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig. Ja, das war richtig schön da drauf. Ja, das war richtig schön da drauf. Ich hatte ja erst gedacht, zwischendurch, wenn es anfängt zu regnen. Aber dann kommt das hier auch mal so ein bisschen runter. Da müssen wir es dann zur Seite stellen. Aber das war's heute. Ja, das war's heute. Ja. Morgen, wenn wir dann zum Schluss nochmal zu den Leuchtturm fahren, dann ist es auch gut zu filmen. Kein Regen. Ja. Aber erst mal bauen. Ja. War richtig groß auf den Leuchtturm und auf Star Wars. Und auf Waldi. Wir werden dann morgen früh die Kameras einrichten. Machen wir dann auch wieder mit zwei Kameras. Dass man uns sieht beim Bauen und auch was wir da bauen. Dann kann man das nachher so kombinieren. Das wird. Ja. Das ist auch ziemlich schnell fertig, glaube ich. 90 Minuten. Mhm. Also ich bin in Lego bauen momentan wieder richtig gefütten. Ja. Hab ich ja angefangen. Ich hab mir ja... Du hast das ja auch schon seit er geht. Ja, ja, ja. Klar, aber einfach mal wieder aufgehört, ne? Mhm. Aber dann hatte ich mal wieder Bock. Ja. Und hab mir ja den ATS-Titel geholt. Mhm. Da hab ich ja noch ein bisschen länger gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber jetzt. Ja. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn ich so... Ja, ich will jetzt Potter gucken. Ist gerade alles im Angebot. Kaufst du mal das raus? Das ist ja nie verkehrt. Aber wenn es nicht durch ist, wäre ja... Stimmt. Weil ich mag es nicht, wenn es nicht durch ist. Nee, das müsste ich sagen. So. So. Oh. Äh. Wie war das? Kann man denn? Kann man denn? Ja. Wie war das? Kann man denn? Wie war das? Es ist... Oh. Ja, der Otter ist schon satt. Der möchte nicht mehr. Nein, der Otter möchte kein Bier mehr, aber essen möchte noch was. Ja, essen geht es noch in einer halben Stunde oder so. Dann geht es weiter. Ja, deswegen werden wir dann noch mal den Grill anschmeißen. Den Elektrogrill. Untertitelung des ZDF für funk, 2017